so mal gucken was er hier zu sagen hat wieder weiter als ich wollte aber naja laufen wir schnell dahin und dann passt das schon hier hat unser freund das albien verbrechen beobachtet das material der sicherheitskameras sollte noch vor ort sein ausgezeichnet holen wir uns die daten die sind alle hier drinnen also hier das vorne also hier vor hier 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 Schalten wir jetzt etwa alles aus? Guck mal, da oben ist so ein Paint-Ding. Das da ist der C2S Hub. Dann können wir den nämlich gleich knacken. Hä, shit. Ich sollte eigentlich scharf machen. Da haben wir auch scharf gemacht. Das bräuchte ich ja nicht nur im Fracht-Dronen-Spot. Nee, das ist, achso. Ich bin ein, das Immigranten und Transgender-Leute. Bevor wir uns Gedanken um den Computer machen, die uns Sorge abschätzt, ich finde, es soll schon so bleiben. Ja, ich bin ein Problem bei mir. Einfach zuschauen. Ich würde mal sagen, das hat gereicht, ne? So, scharf machen. So, zack. Und rein da. Und geht der. Ich habe die Überwachungsaufnahmen fertig. Sieht man unser Ziel? Ja, da ist er deutlich zu erkennen. Wenn Albion diese Aufnahmen sehen würde, wäre er geliefert. Scheiße. Aber Albions Verbrechen wurde auch deutlich aufgezeichnet. Das heißt, dass wir sie mit diesem Material drankriegen können. Wir müssen einfach das Backup von den zentralen C2S-Servern löschen, um die Identität des Zeugen zu schützen. Schick mir den Standort. So. Äh. Wo können wir denn da hin? Da hin. Ernsthaft. Ernsthaft? Ich komme jetzt so nicht raus. Oh. 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 So. Und Schnellreise da hinten. Ja, das war jetzt aber ein Knaller, ne? Dass er das nicht genommen hat. großartig. Oh. Oh. Und ja, das ist schon so ein Knaller. Die Hände. Und das ist einfach noch ein Knaller. Oh. Und das ist einfach das. S. Und das ist einfach das... Der Serverraum hier steht unter schwerer Bewachung von Albion-Schlägern. Entweder beschützen die was, oder es gab einen Schlussverkauf für Faschisten. Das ist beunruhigend. Wahrscheinlich sind nicht nur wir hinter den Beweisen her. Du musst dich beeilen. Junge, Junge, Junge. So, da brauchen wir erstmal anfangen hier. Na komm. Such den, der dieses Ding gehackt hat. Ohne Suche ausführen. Ich würd sagen, das hat gesessen, ne? Bereich gesichert, rücke vor. Das ist noch recht weit. In's Heft. Da ist das Terminal. Von da können wir eindringen. Das wird ein paar brutale Arschlöcher auf den Plan rufen. Der Verdächtige ist entwischt. Einfach weg. What? Plötzlich war die Drohne da. Wir können ja mal den nehmen. Den kenn ich noch nicht. Schließlich ist das ein ganz neuer. Und dann mal schauen, ne? Den hat leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also, bist du jetzt dran. Jetzt schon? Okay. Dann mal an die Arbeit. Da ist das Terminal. Von da können wir eindringen. Das wird ein paar brutale Arschlöcher auf den Plan rufen. Was war das? Weiter gehen, na los. Was war das? Was war das? Okay. Was war das? Äh... Hm, wie mache ich denn das am besten? Da war hier irgendwie noch eine Drohne. So, den nächsten. Kann ich eigentlich? Ich mache gerade ordentlich Rabatz, würde ich sagen. Äh, auf Drohne. Alter, wie krass ist der denn drauf, ey? Er ist nicht hier. Suche abbrechen. Okay. Okay. Entschuldigung! Ich gebe dir gleich mal Verstärkung. Ich würde mal sagen, hier braucht keiner mehr rum. Das war ja gerade mal richtig geil hier. Ja, da kommen wir hier. Ja. So, dann. Genau. Und dann muss ich da drüben noch hin und mir das Ding holen. Ja. Was? Was? Okay. Äh, was haben wir daraus gelernt? Wir brauchen Wumms. Ich hätte natürlich... Wir haben die Manden eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Ich bin der Richtige. Ich mach den Job. So. da ist das terminal von da können wir eindringen darauf wird die security allergisch reagieren wo war der auch Hier komm. What? so da kommen dann gleich jetzt 20 leute oder was nicht gut wo kommt denn die nächste so das magazin jetzt gibt es auf die das hier alter wie krass sind die wo muss ich denn dahin damit ich das machen kann wenn das so weiter geht sind die alle bei mir hier weg wow